Meine Freunde und herzlich willkommen aus Ingolstadt, wo wir heute an diesem 16. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga zu Gast sind mit den Augsburger Pantern und sehr, sehr, sehr geil die Trikots der Ingolstädter ganz neu und das macht richtig Laune damit dann zu schauen, aber die Statistiken nach dem letzten Update von den Torhütern, sie stimmen nicht mehr, wie auch immer. Das ist völlig egal, also Augsburg als Dritter beim ERC Ingolstadt, die momentan nur auf dem 12. Platz liegen und für Augsburg ist die Marschrichtung klar, weiter den Aufwärtstrend behalten, weiter Gas zu geben in die Offensive, Leblanc. Und so einfach kann es gehen, Drew Leblanc mit der Führung für die Augsburger Panther, fünftes Tor für ihn in dieser Saison und das war ein richtig guter Angriff. Und für Jochen Reimer kommt da tatsächlich jede Möglichkeit zu spät. Bitterer Einstand für den ERC Ingolstadt mit dem ersten Schuss hat es direkt geklappt. Aber noch ist hier überhaupt nichts vorbei, noch ist alles drin. Keusten, McNeil allerdings erstmal. Geil und Reimer. Selfquote jetzt von 50% und jetzt sogar von 66,6. Also auch wenn der erste Schuss da wirklich in die Binsen geht, da braucht man sich am Anfang nicht solche Sorgen machen. Ingolstadt muss gucken, dass man die Partie jetzt nicht aus den Händen gibt. Aber Olva und Olivier Roy heute wieder im Kasten, nachdem zuletzt Markus Keller zwischen den Pfosten stand, wieder Sahir Gül. Oh, Ingolstadt. Also wenn es nach den Trikots ging und wir die am Anfang schon gehabt hätten, dann hätte ich mich auch durchaus für den ERC Ingolstadt entscheiden können, für die DEL-Saison zu machen. Und wie gesagt, wir wechseln da jedes Jahr so ein bisschen durch. Ich gucke mir immer an, wer in der Vorsaison so ein bisschen im Fokus stand, wer eine gute Saison abgeliefert hat. Und ja, wenn es danach geht, dann würde ich nächstes Jahr tatsächlich mit den Straubing Tigers eine DEL-Saison starten. Aber das ist noch zu früh. 16. Spieltag und da kann wirklich noch alles passieren. Da ist wirklich noch überhaupt nichts gesprochen. Und von dem her gucken wir mal, wie das im nächsten Jahr alles ablaufen wird. Sieben Siege aus den letzten zehn Spielen nach einem miserablen Start. Unsere Augsburger Panther kommt man jetzt umso besser in die Saison rein. Kann sich mittlerweile oben in oberen Tabellendrittel festsetzen. Mit einem Sieg heute in Ingolstadt kann man dieses Unterfangen noch untermauern. Nächste Schussmöglichkeit für diesen gut verteidigt von Ingolstadt und Foucault. Ah, kommt nicht raus. Wieder Foucault. Aber schmelt's. Und dann sind es die Fehlpässe beider Teams, die die Chance der Ingolstädter hier doch ermöglichen. Payal. Keine sechs Minuten mehr. Payal mit der Rückhand. Aber Reimer ein Stückchen vorgerückt und damit den Winkel verkürzt. Kein Problem für den Keeper des IHC Ingolstadt. Sullivan. Smith. Und wieder Olivier Roy. Diesmal behält er die Scheibe. Geht da kein Risiko ein, denn... Ja, der jetzt Ingolstadt. Sie werden aktiver. 15 Punkte, der Topscorer des IHC. Smith gegen Lambacher am Bullipunkt. Drei Siege gab's nur. Aus den letzten zehn Spielen für Ingolstadt. Das ist bezeichnend. Auch für den Beginn dieser Partie. Man hat sich viel vorgenommen auf Ingolstädter Seite. Und mit dem ersten Angriff der Augsburger ist dann dieses Vorhaben erstmal wieder zunichte gemacht. Und da ist Hafenrichter 2 zu 0 für Augsburg. Und das ist der Wahnsinn. Richtig guter Schuss. Und der findet den Weg ins Tor. Der war so überhaupt nicht unendlich gefährlich. Aber er hat eben gereicht, um Reimer da am Ende zu überwinden. 2 zu 0 für Augsburg. Holzmann war der Torschütze, Hafenrichter, der Vorlagengeber. Kleine Korrektur an der Stelle. Und jetzt da ist Hafenrichter. Hälsner. Wagner. Ingolstadt erinnert sich natürlich ans letzte Wochenende. Hat das Spiel der Augsburger studiert. 6 zu 0 hieß es da gegen die Straubing Tigers. Oh, Lampacher. Augsburg lässt die Scheibe gut laufen. Aber es bleibt beim 2 zu 0 nach 20 Minuten. Es ist eine schöne Partie, die wir hier gesehen haben. Augsburg gibt Gas. Augsburg will von Beginn an diese Partie in die eigene Richtung ziehen. Und das gelingt ihnen bis dato. Richtig. Gut. Drew LeBlanc gegen Darren Olva. Ingolstädter mit dem Scheibenbesitz. LeBlanc. Das sind die Pässe bei Ingolstadt, die da vorne in der letzten Konsequenz nicht richtig ausgeführt werden. Das ist wieder Drew LeBlanc. Oh, Simmsen. In Deutschland über Olva. Da ist Maschinta. Nähert sich dem Tor von Olivier Roy. Und sie können da die Scheibe gut rauskämpfen. Job Guy. Und wieder Olivier Roy. Oh, Augsburg kommt nicht raus. Druckphase der Ingolstädter. Und auch diese Scheibe. Ganz knapp am Tor vorbei. Augsburg muss aufpassen. Jetzt eingangs dieser zweiten 20 Minuten. Da ist Ingolstadt sehr, sehr offensiv bislang geprägt. Aber Callahan kann sich da irgendwie durchmogeln. Und Frasier. Aber klasse gemacht von Jochen Reimer. Und Valentine auf Frasier. Acht Minuten vorbei. Mittelabschnitt. Ingolstadt mit viel, viel, viel Zug zum Tor. Und trotzdem, sie brauchen den Anschlusstreffer, um hier wieder das Selbstvertrauen hochhalten zu können. Vielleicht jetzt über Bayley. Kommt mit der Scheibe nicht durch. Aber Tölzer fährt vorbei. Vorsichtig. Edwards. Das ist Wagner. Scheibe wieder. Bei Ingolstadt. Bayley. Da ist Olsen. Und Augsburg kämpft. Und Augsburg will diese Scheibe. Und bekommt sie am Ende auch. Callahan. Die Scheibe gut weiter. Wieder Callahan. Aber von Kurt. Ingolstadt bemüht jetzt die Scheibe schnell. Laufen zu lachen. Edwards aus dem Pfosten. Schönes Frontchecking. Bayley. Und wieder Olivier. Boah. Mehr Spielanteil im Mittelabschnitt für den jetzt Ingolstadt. Aber die Tore bleiben bislang. Bei den Augsburger Pantern. Hoffentlich. Vorsichtig. Da ist es. Ingolstadt mit dem Anschluss. Und nach der Druckphase war es tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Bis Ingolstadt hier vollstrecken kann. Wunderschöner Spielzug. Und verdienter Anschlusstreffer der Gastgeber des ERZ Ingolstadt. Und sie sind wieder dran. Durch den 1-2-Treffer von Elsner. Höflin mit der Vorarbeit. Augsburg. Muss jetzt wieder ein wenig mehr tun da vorne drin. Fünf Minuten noch. Im Durchgang 2. Wieder Elsner. Ja. Wenn man ein Tor erzielt hat, dann hat man ein riesen Selbstvertrauen. Und das kann wirklich dazu führen, dass man auch den zweiten Treffer hier noch macht. Wieder Elsner. Boah, legt die Scheibe frei. Auf Job geht. Er macht's. Und so schnell kann es gehen. Ingolstadt. Zwei. Augsburg ebenfalls. Zwei. Das ist... ein bitterer Spielzug für die Augsburger Panter. und die Partie wieder offen. Job, Key, Elsner und Höflin. Also die Reihe heute mit viel, viel Furore. Und Hafenrichter. Augsburg muss wieder etwas mehr tun, aber Ingolstadt nimmt die da sind ja beides Panther. Sowohl Ingolstadt als auch Augsburg nimmt die Panther gerade so ein bisschen aus der Partie raus. Lärmt nochmal mit dem Versuch, aber Tati Cech. Sullivan und dann Migo mit dem Schlussakzent, aber im Aufbau schon gestört. Und wir haben tatsächlich ein unentschieden, ein 2 zu 2 nach 40 gespielten Minuten. Nächste Weekend und dann Nächste Weekend und dann Nächste Weekend Also das haben sie schon wirklich hervorragend gemacht. Der jetzt Ingolstadt. Aus 0 zu 2 macht 2 zu 2. 11 zu 10 Schüsse. Relativ ausgeglichen. Und man spürt, Ingolstadt verlagert das Gewicht in die Offensive. rein in den Schlussabschnitt. in die Offensive. In der Defensive. Jetzt vielleicht die Befreiung über Trevelyan. Der hat einen Platz. Eine Möglichkeit. McNeil. Aber abgefälscht von Jochen Reimer. Aber abgefälscht von Jochen Reimer. Da kann durchaus viel passieren. Scheibe noch abgefälscht wird oder doch höher fliegt oder früher runterkommt, als man glaubt. Peter Datticek. Ingolstadt bleibt weiterhin hoch. Gefährlich. Drehung und wieder Reimer. Macht das Spiel schnell. Augsburg jetzt aber wieder etwas konzentrierter. Oh, da ist Ullmann. Schade. Callahan geht raus. Valentine. Aber gut abgelaufen von Friesen. Trotzdem. Scheibe bleibt bei Augsburg. Und Ullmann. Oh. Abgefälscht. Und die Hälfte des Schlussabschnitts ist vorbei. Da ist D'Amigo. Bringt er die Scheibe direkt in Richtung Olivier Roy. Glück für Augsburg. Der Pfosten rettet. Und kein Spieler da. Lange gewartet. Kein Gegner-Reihenwechsel der Augsburger. Ingolstadt kommt. Ingolstadt-Bailey. Und sie wollen da unten raus. Man spürt es. Man will Augsburg schlagen. Aber Rogge gut aufgepasst. Keine sechs Minuten mehr. Wieder Peja. Und Jochen Reimer. Versucht es mit der Rückhand. Und Peja. Reimer hat die Scheibe jetzt erst im Nachfassen. Aber dann hat er sie. Und die Chance erst mal vereitelt. Spannung pur. 4,26 vor Ende des regulären Spiels. Aber ungefährlich. Reimer gibt es sogar die Scheibe frei. Also der traut sich da ganz oft. Auch hier wird er die Scheibe frei zu geben. Will er kaum Unterbrechung. Will den Spielfluss seiner Mannschaft da vorne ab Ende nicht stören. Trevelyan. Der ist mit viel Geschwindigkeit in dieses Drittel rein. Leblanc. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Ohne Edwards. Sehr schön. Letzte Minute läuft. 2 zu 2. Zwischen den beiden Mannschaften. Wagner. Oh, Oliver. Achtung. Und richtig gefährlich. Wenn Maschinta da an die Scheibe kommt. Dann wird es gefährlich. Edwards. Vorsichtig, Oliver. Wagner. Augsburg. Enorm Unterdruck. Wir kommen da gar nicht mehr raus. 20 Sekunden noch. Jetzt vielleicht. Jetzt ist die Scheibe drin. David Stieler. 11,4 Sekunden vor Schluss. Und nach einer riesen Druckphase des ERC Ingolstadt. Dann der Konter. David Stieler. Der macht das 3 zu 2. So kurz vor Ende der Partie. Was für eine wahnsinnige Partie. Und das ist manchmal einfach immer diese Krux. Wenn man vorne bei so einer Druckphase die Scheibe nicht unterbringt. Und dann klingelt es kurz vor Spielende hinten. Und das bringt natürlich alles wieder aus dem Gleichgewicht. Also der Tabellenstand spiegelt momentan das wieder wie es dem Ingolstädter oder wie es den Ingolstädtern tatsächlich ergeht. Es ist mit viel Pech behaftet. Punkteteilung oder gar der Sieg wäre hier für Ingolstadt auf jeden Fall drin gewesen. Auf jeden Fall. Am Ende hat es nicht soll sein. Und da ist sogar noch das 4 zu 1. Schiedsrichter will zwar den Videobeweis, aber hier gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Überhaupt nichts anzuzweifeln. Der Treffer muss und wird am Ende zählen. Und das Ergebnis dann doch noch ein wenig höher als diese Partie hier widerspiegelt. Ja. Und er gibt es. Alles andere wäre absolut unverständlich gewesen. Bitter natürlich da für Ingolstadt. Aber am Ende lautet diese Partie mit 1 zu 4 oder mit 2 zu 4 aus Sicht der Ingolstädter doch ein wenig zu hoch. Also wir halten fest Augsburg mit einer wahnsinnigen Leistung 2-0 Führung gegangen. Ingolstadt kämpft sich zurück hat sogar zeitweise und stellenweise die Chance die Partie sogar zu drehen. Olivier Roy immer wieder der Garant dahinten dass eben genau das nicht passiert. Und dann ist es aber wenige Sekunden vor Schluss hier. Das 3 zu 2 der Augsburger Panther das die Partie entscheidet und somit gehen die Ingolstädter erneut ohne Punkte aus. Was für Auswirkungen auf die Tabelle wird das mit sich bringen? Nächste Partie am Sonntag gegen Wolfsburg und das ist gleich bedeutend mit Tabellen Platz 2 der Augsburger. Neun Siege sieben Niederlagen trotzdem relativ ausgeglichen. Zwei Niederlagen nach Overtime und München sechs Punkte noch vor uns. Die Eisbillen Berlin können durch einen Sieg noch aufrutschen. Also wir könnten auf Platz 3 noch zurück. Dann Düsseldorf mit 28 auf der 4 dahinter 26 25 24 23 also es ist denkbar eng. Es sind nur sechs Punkte Unterschied zu den Grissis Wolfsburg. Schwenningen mit 22 auf der 11 Ingolstadt dann ein bisschen abgeschlagen mit 17 auf der 12 dahinter die Adler Mannheim die jetzt aber so langsam in Fahrt kommt. Schon der zweite Sieg jetzt ist also die Adler Sieg Punkten und auf Tabellenplatz 14 aktuell die Isan und Roosters nur 14 Zähler genauso viel wie die Adler Mannheim. Aber so ist es momentan 16 Spiele vorbei und so langsam aber sicher geht es nach oben wenn es euch gefallen hat würde mich natürlich immer Daumen sehr freuen ansonsten danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Blattielp bis zum nächsten Mal